Ja, wow, wow, Teil Nummer 6 von unserem Tutorial. Wir gehen auf die Ziel geradezu. Noch zwei große Themenblöcke sind eigentlich zu erledigen. Und den, den wir jetzt machen, das ist die Organisation von Levels. Beziehungsweise von, in unserem Falle natürlich jetzt von Levels bei diesem Arcade-Game. Und zwar gibt es, klar, es gibt verschiedene Spiele. Es gibt Story-Based-Games. Da würde ein Level höchstwahrscheinlich bedeuten, ich habe ein komplett neues Szenario mit anderen Assets und anderen Aufbauten und so weiter und so fort. Das würde ich dann jetzt hier natürlich als getrennte Szenen abspeichern und so weiter. Aber es gibt auch so Spiele wie das hier, nämlich Arcade-Games, die prinzipiell von der Szene her oder vom Setting in jedem Level gleich sind. Und sich einfach nur durch Schwierigkeit, also Geschwindigkeit, Anzahl der Gegner, vielleicht kommt der ein oder andere Gegner noch dazu im hinteren Level. Der vorne nicht da war und so weiter. Aber prinzipiell ist das Setting immer dasselbe. Es ändern sich nur die Parameter. Ja, und solche Spiele gibt es ganz viele. Es gibt auch ganz viele, ich nenne es jetzt mal One-Pager-Spiele. Also ich habe jetzt quasi einen Aufbau. Nehmen wir mal einen modularen Aufbau wie Boulder Dash oder irgendwie sowas. Das ist auch ein ganz altes Spiel. Da habe ich quasi so eine Art Raster. Da gibt es Steine, Wege, Hindernisse, wie auch immer und so weiter und so fort. Und diesen Aufbau, den kann ich natürlich auch als Parameter abspeichern, sodass ich eben nicht die Grafik und die ganze Szene abspeichere, sondern ich würde mir einfach merken, okay, an Position A ist das, an Position B ist das und so weiter. Und diese ganzen Daten speichere ich in einer langen Datenkette ab. Das wäre eine Möglichkeit, zum Beispiel ein Level aufzubauen, indem ich nicht die Szene abspeichere, sondern die Informationen, die ich benötige, um die Szene aufzubauen. Das ist ähnlich wie bei einer Webseite. Da wird ja auch nicht die Seite abgespeichert, sondern HTML, also praktisch der ganze visuelle Code, der mir sagt, so sieht die Seite aus. Und der Browser baut dann die Seite letztendlich grafisch auf. So kann man das hier bei Spielen auch machen. Vor allem bei Spielen, die, naja, wie so ein Arcade-Game, die eine relativ überschaubare Anzahl von Elementen hat. Dazu muss man sich natürlich klar sein, welche Informationen ich speichern möchte. Und bei dem Game ist es natürlich jetzt besonders schön, weil es sehr übersichtlich und einfach ist. Und deswegen möchte ich euch diese Methode mal zeigen. Ja, okay, das machen wir jetzt einfach mal. Legen wir los. Indem wir als allererstes mal eine Variable anlegen. Und zwar nenne ich die Variable level-data. So. Und die Variable ist vom Typ. Und jetzt kommt wieder ein Listentyp, so wie hier oben List of GameObject. Sagen wir jetzt List of String. Das heißt, wir möchten jetzt eine Liste von Strings erstellen. So. Und jeder dieser Strings beinhaltet jetzt eine Datenkette, die die Information eines Levels beinhaltet. Theoretisch, ja, irgendein findiger Programmierer würde jetzt sagen, ja, warum machen wir überhaupt einen String, wenn da mehrere Parameter drin sind? Dann könnten wir doch direkt einen multidimensionalen Array anlegen. Könnte man theoretisch auch. Wird aber jetzt hier relativ unübersichtlich. Ja, also das ist hier nicht ganz so einfach zu gestalten, weil dann habt ihr eine Liste, in der eine Liste ist. Und ihr seht ja, dass die Dinger sehr lang und unübersichtlich werden. Und deswegen ist es nicht ganz so, ja, nicht ganz so sexy, das zu verwalten. Es ist wesentlich einfacher, das in einem String anzulegen und dann später einfach aufzusplitten. Ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Ich mache es jetzt einfach mal. So, wir fügen jetzt das erste Element hinzu. Jetzt müssen wir uns fragen, welche Informationen brauchen wir denn, um unser Level zu gestalten? Ich gebe es jetzt einfach mal vor. Ich sage jetzt mal, ich gebe es jetzt einfach mal vor. Ich sage mal, ich möchte folgende Parameter dynamisch einstellen können. Zum Ersten, wie viel große Steine erscheinen am Anfang, also wie viel große von den Asteroiden. Da sage ich jetzt mal, wir starten mit zwei Asteroiden. Zwischen den einzelnen Parametern, die ich jetzt in meinen String reinschreiben werde, kommt einfach ein Trennzeichen, dass ihr die Zahlen dann später aufsplitten könnt. Ihr werdet das gleich sehen. Das Trennzeichen, welches das ist, ist erstmal völlig egal. Ich nehme normalerweise diesen senkrechten Strich, den ihr auf der Taste vom größer-kleiner-Zeichen habt und mit Alt-Gr bekommt. So ihr hoffentlich am PC sitzt. Und dann käme der zweite Parameter. Das wäre die Anzahl der mittleren Asteroiden, wenn ein großer zerstört ist. Starten wir auch mal mit zwei. Dann käme die Anzahl der kleinen Asteroiden, wenn der mittlere zerstört wird. Auch zwei. Als nächstes definieren wir die Geschwindigkeit, mit der sich die Asteroiden bewegen. Ich mache das jetzt allgemein, also für alle Asteroiden gleich und nicht getrennt. Theoretisch könntet ihr jetzt drei Parameter hier noch einstellen und sagen, okay, ich möchte später die Geschwindigkeit von Groß-, Mittel- und Klein- getrennt bestimmen können. Sodass dann zum Beispiel die Großen am Anfang noch langsam sind und die Kleinen dann später blitzschnell werden. Aber ich würde sagen, wir machen es einfach so, dass wir die jetzt erstmal gleich lassen. Also stellen wir jetzt hier einen Geschwindigkeitsfaktor ein. Das heißt eine Float-Zahl. Die vorderen waren ja Anzahlen, das heißt, das waren Integers. Das werden wir dann später beim Aufspalten, das seht ihr das gleich, wir werden das dann auch unterscheiden. Und hier stellen wir jetzt eine Float-Zahl ein, also eine Kommazahl, 1,0. Diese Zahl multiplizieren wir dann später mit unserer Geschwindigkeit von den Objekten. Das heißt, im ersten Level ist es einfach Standardgeschwindigkeit. Wenn wir dann zum Beispiel sagen, im zweiten Level wäre diese Zahl 1,2, dann würde es schon 20% schneller werden. Und zwar sämtliche Steine, wie sie sich bewegen. Und so weiter. Das heißt, hier können wir bestimmen, wie viel die Geschwindigkeit zunimmt. Nächster Parameter bezieht sich auf ein Element, das wir noch gar nicht drin haben. Das ist das letzte, was nämlich noch reinkommt. Und zwar das UFO. Ihr habt ja gesehen, ganz am Anfang, es gibt dieses UFO, was ab und zu reinkommt ins Spiel und anfängt wie wild um sich zu schießen. So, das UFO bauen wir gleich noch ein. Aber ich möchte die Parameter, die dieses UFO definieren, auch direkt hier mit reinbringen. Und zwar, einmal kommt das UFO immer in unregelmäßigen Abständen. Immer wenn ein UFO zerstört wurde, dauert es eine gewisse Zeit, dann kommt ein neues UFO ins Spiel. So, und diese Zeit, wann die UFOs ins Spiel kommen, beziehungsweise wie viel Pause dazwischen ist, dass man eben Ruhe hat und eben nicht direkt wieder beschossen wird, diese Zeit möchte ich einstellen können, damit ich später immer mehr Hektik geben kann, weil ständig neue UFOs kommen. Und deshalb brauche ich hier zwei Float-Zahlen. Und zwar einmal, ich schreibe jetzt nicht 10,0 hin, aber es ist eine Float später dann, und zwar einmal die Zahl, die minimale Sekundenzahl, die man Ruhe hat, also die minimale Pause, bevor das nächste UFO kommt. Da starte ich mal mit 10 Sekunden. Und dann die maximale Zahl, bis ein UFO kommt. Das heißt, er würde dann später zwischen 10 und 15 Sekunden warten, sich da eine Zahl per Zufall aussuchen und dann das nächste UFO schicken. Immer wenn eins zerstört wurde, wartet da eine gewisse Zeit und dann kommt das nächste UFO. Und diese Zahl können wir dann runterschrauben, sodass man dann ständig UFOs um die Ohren bekommt. So, und der letzte Parameter definiert die Schussgeschwindigkeit von meinem UFO. Ihr habt ja vorne in der Demo gesehen, im ersten Teil, dass die UFOs reinkommen und fangen an, wie wild um sich zu schießen, und die haben einen bestimmten Takt, mit dem sie schießen. Und diesen Takt, den möchte ich später in den hinteren Levels beschleunigen können. Das heißt, ich starte jetzt mal mit 1,0, wobei diese Zahl jetzt hier den Delay darstellt. Also das heißt, er schießt, dann wartet er eine Sekunde, dann schießt er nochmal. Wenn ich also später eine höhere Geschwindigkeit möchte, dann gehe ich mit dieser Zahl runter. Okay, und jetzt können wir ganz einfach ein neues Level anlegen, indem wir sagen, zack, eine neue Datenzeile, also ein neuer String. Wir kopieren diesen ganzen String. Und nun kann ich die Parameter verändern und kann sagen, okay, im zweiten Level wird ein großer Asteroid zu drei mittleren und ein mittlerer zu drei kleinen. Dann erhöht sich sehr schnell die Anzahl. Ich könnte jetzt natürlich auch direkt mit drei starten, wie auch immer. Dann ist meine Bewegungsgeschwindigkeit 1,2. Meine UFOs tauchen schon immer nach sieben Sekunden aufwärts auf, zwischen 7 und 14 zum Beispiel. Und meine Schusstaktung liegt bei 0,9. Also mein Delay ist 0,9. So, und noch eine dritte Zeile, um es auf die Spitze zu treiben. Normalerweise würdet ihr das natürlich hier nicht ganz so schnell ansteigen lassen. Sonst wird es halt rucki-zucki so schwer, dass man dann sehr schnell die Lust verliert. Aber ich übertreibe es jetzt mal ein bisschen absichtlich. Ich sage jetzt, hier gibt es dann 4, 4. Das liegt dann direkt bei 1,5. Hier geht es mit den UFOs dann, Gott, geht es mit den UFOs dann schon bei 5 Sekunden los, bis, naja, sagen wir mal, maximal 10 oder so. Und meine Taktung der Schüsse liegt bei 0,5. Dann lasse ich die mal hier auf 0,8. Also das ist natürlich jetzt schon ein abartiger Anstieg, aber ihr könnt das ja später dann anpassen. Es geht ja ums Grundprinzip. Gut, jetzt habe ich meine Datenvorgabe für die Levels. Das ist super. Aber ich brauche natürlich den Zugriff auf meine Daten, abhängig davon, in welchem Level ich mich gerade befinde. Und deswegen brauchen wir eine weitere Variable, und zwar eine Variable, die nennen wir einfach mal PlayerLevel. So fügen wir hinzu. Und das wäre dann eine Integer-Variable, die mit jedem Level einfach um 1 hochgezählt wird. Die startet quasi mit 0 oder später dann mit 1. So, und mit diesen beiden Variablen habe ich jetzt alles, was ich vorerst brauche. Den PlayerLevel, den schalten wir direkt mal auf Level 1. Wir wollen ja nicht bei 0 anfangen zu zählen, sondern bei Level 1. Um jetzt hier jeweils auf die einzelne Zeile zuzugreifen und dann auch noch auf einen einzelnen Wert in der Zeile, dazu bräuchte ich mehrere Befehle. Das heißt, ich kann nicht einfach nur den dritten Wert aus der dritten Zeile rauslesen mit nur einem Node. Das geht natürlich nicht. Und das ist ein bisschen umständlich, denn ich werde auf diese Level-Daten ja an verschiedenen Stellen zugreifen müssen. Und da jedes Mal 3, 4, 5 Befehle, um die Zeile auszulesen, dann da wieder den Wert rauszuziehen und so weiter, um das einzufügen, das ist mir zu umständlich. Und deswegen bauen wir uns jetzt zuerst noch einen eigenen Subgrafen, der uns dann die Level-Daten ganz einfach ausgibt, sodass wir dann nur noch diesen einen Node brauchen, um auf die Level-Daten zuzugreifen. Also, Subgrafen kennen wir ja schon. Wir fügen hier einen neuen Graphen ein. Create hier Visual Scripting Script Graph. Den Graphen nennen wir dann ganz einfach Get Level Data, so zum Beispiel. Und dann gehen wir direkt mit Edit in den Graphen rein. So, womit starten wir? Zum einen wollen wir hier die Daten auslesen. Das heißt, wir brauchen zuerst mal diese Variable, Drag & Drop, dann bekommen wir den Get-Befehl. Gut, dann möchten wir die Daten so auslesen, dass er immer im richtigen Moment die richtige Zeile, sprich die Daten vom richtigen Level ausliest. Also brauchen wir natürlich auch die Level-Angabe, in welchem Level wir uns gerade befinden. Okay, und jetzt haben wir schon mal aus einer Liste Daten ausgelesen. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, Daten aus einer Liste nennen sich Items. Das heißt, Befehle, um die Inhalte von Listen auszulesen, da müsst ihr unter dem Begriff Item suchen. Und dann findet ihr hier die verschiedenen Item-Befehle, unter anderem Get-List-Item. Diese Befehle gelten für alle Arten von Listen. Das heißt, ihr könnt jetzt einfach Get-List-Item auswählen. Als Eingang brauchen wir den Ausgang von unserer Listen-Variable, also hier von Level-Data. Das wäre unsere Liste, die wir abfragen wollen. Und jetzt ist die Frage, welchen Index, also welche Zeile quasi. Wir wissen ja, das hier ist Zeile 0, das ist Zeile 1 und so weiter. Wir starten allerdings mit Level 1. Also brauchen wir am Anfang das, was hier drin steht, in unserer Level-Variable, minus 1. Also entweder add minus 1 oder sub 1. Also subtract. Zack, minus 1. So. Und das wäre dann unser Index. Das heißt, der Index ist immer level minus 1. Perfekt. Jetzt haben wir schon mal die richtige Zeile. Wir haben ja absichtlich hier diese Trennzeichen eingebaut. Und an diesen Trennzeichen können wir jetzt unseren langen String einfach zerlegen in einzelne Elemente. Und dazu benutzen wir einen Befehl aus der Gruppe String. Also wir gehen hier wieder im Fuzzy Finder in den Bereich String rein. Und hier gibt es einen Befehl, der nennt sich Split. Hier unten irgendwo. Und Split macht folgendes. Er nimmt einen String und schneidet diesen String auseinander an einem bestimmten Zeichen oder an mehreren bestimmten Zeichen, wie auch immer. Und die einzelnen Elemente, die er auseinanderschneidet, die legt er wieder selbst in eine Liste rein. Das heißt, aus einem String wird eine Liste von Einzelelementen. Und das Zeichen, was ich als Trennzeichen angebe, das wird quasi rausgelöscht. Also in unserem Falle würden wir jetzt diesen Trennstrich hier als Trennzeichen angeben. Und dann schneidet er die ganzen Trennzeichen raus und legt die einzelnen Elemente wieder in eine Liste rein. Von diesem Split-Befehl gibt es jetzt hier mehrere. Wir brauchen den, bei dem der Separator selbst auch wieder ein String ist, sodass wir einfach nur diesen Trennstrich als String, also als Trennzeichen, angeben können. Das wäre der hier unten. Also hier Separator-Options mit Separator-String. Hier unten sieht man es. Okay. Und dann können wir einfach als Eingang, und dann können wir einfach in den Eingang hier, in den String, der getrennt werden soll oder der zerhackt werden soll, können wir hier unser Element reingeben. Das kommt ja hier raus. Wir bekommen ja hier quasi eine dieser Zeilen raus, je nach Level. Und der Separator, der soll natürlich dieses Trennzeichen sein. Die Options brauchen wir nicht. Und als Output kommt jetzt wieder eine Liste raus, wie man hier sieht. Eine Liste von Stringen, wohlgemerkt. Man sieht es hier an den Punkten. Das heißt, wir haben einfach nur aus dem einen String ganz viele kleine Strings gemacht, aber die ganzen Trennzeichen sind weg. Und jetzt kommt der Clou. Jetzt können wir nämlich einfach die einzelnen Elemente durchgehen und in das entsprechende Format umwandeln. Die ersten drei sind ja Integer-Zahlen und die anderen vier sind Floats. Also machen wir folgendes. Wir nehmen erneut den Get-Item-Befehl. Ich dupliziere ihn jetzt mal. Und holen uns über den Get-Item-Befehl die erste Position. Das wäre jetzt hier unsere erste Zahl. Da wir das jetzt aber gleich öfter brauchen, dupliziere ich den direkt mal. Fürs Erste. Ich dupliziere nochmal. Fürs Zweite. Also Erste, Zweite, Dritte. Dann markiere ich die. Ich dupliziere es nochmal. Vier, Fünf, Sechs. Und wie viel sind es? Eins, zwei, drei, Fünf, Sechs. Plus noch eins. Wäre sieben. So, sieben. Dann hier einfach die ganzen Zahlen entsprechend ändern. Und hier den Ausgang mit den Eingängen verbinden. Jetzt sagte ich ja, wir haben die einzelnen Elemente. Die sind allerdings immer noch im String-Format. Was wir also jetzt tun müssen, ist entsprechend die einzelnen Elemente umzuwandeln in das richtige Format. Also wir bräuchten einen Befehl, der uns eine String-Variable in eine Integer umwandelt. Diese Befehle nennen sich Pars. Also ihr könnt praktisch ein Variablen-Format in ein anderes Parsen, also übergeben oder umwandeln. Wenn ihr mal nach dem Befehl Pars, also so geschrieben hier sucht, dann findet ihr direkt die ganzen Befehle, die es gibt. Und wie man hier sieht, wandeln die Befehle jeweils einen String, das seht ihr hier an dem S, in einen Float oder in eine Integer um. Ich hole den Befehl einfach mal hier, ParsStringToFloat. Dann sieht er so aus. Er hat einen String-Eingang und er hat einfach einen Float-Ausgang. Float brauchen wir jetzt hier oben noch nicht, sondern erst hier unten. So, und hier oben brauchen wir ja ParsInteger. Dann duplizieren wir das einfach wieder. So, also oben drei Integer, unten vier Float. Und dann verbinden wir die Ausgänge hier von unserem GetItem mit unseren entsprechenden Pars-Eingängen. Und nun kommt gleich der Aha-Moment bei euch. Denn was wir jetzt tun werden, ist ganz einfach einen Output-Knoten zu erzeugen. Also hier ein Output. Und jetzt fügen wir diesem Output-Knoten Daten-Outputs hinzu. Und zwar, zum einen brauchen wir zuerst mal drei Integer-Variablen. Und die nennen wir Big. Und dann noch eine Integer. Middle. Und ihr könnt euch schon denken, wie es weitergeht. Small. Und dann fügen wir vier Float-Variablen hinzu. Die erste würde heißen Asteroid Speed. Und die anderen drei habe ich hier hinzugefügt. Ufo-MinDelay, Ufo-MaxDelay und Ufo-ShootDelay. Und jetzt kann man sich bestimmt eins und eins zusammenzählen. Wir verbinden hier die Ausgänge von unseren umgewandelten Variablen einfach mit den Output-Ausgängen. Und das war's. Ja, und was haben wir jetzt? Wir haben jetzt einen super praktischen Subgrafen erzeugt, der uns mit nur einem Node immer genau die Daten liefert, die wir an welcher Stelle auch immer brauchen. Und das Ganze auch noch Level-abhängig. Das heißt, ändert sich das Level, ändert sich der Output von unserem Node. Gut. Um jetzt zu zeigen, wie praktisch das Ganze ist und wie schnell man damit arbeiten kann. Wir gehen jetzt zum Beispiel in unseren Game Manager rein. So. Und hier im Game Manager gibt es ja die Stelle, an der irgendwo die Anzahl der großen Asteroiden erzeugt werden. Also hier Create Asteroids und hier unser Loop gibt ja an, wie viel Asteroiden erzeugt werden sollen. Und anstatt jetzt hier unsere statische 3 drin zu haben, also dass 3 Asteroiden am Anfang erzeugt werden, nehmen wir einfach unser Superscript, nämlich das hier, ziehen das hier rein. Und hier haben wir jetzt unsere ganzen Ausgänge mit den sich dynamisch je nach Level verändernden Zahlen, die hier rauskommen. Das heißt, ich kann jetzt einfach sagen, okay, mein Loop soll nicht bis 3 gehen, sondern er soll einfach bis Big gehen. Also Big war ja die Anzahl an großen Asteroiden, die erzeugt werden sollen. Bumm. Und jetzt ist der Loop automatisch immer angepasst an die entsprechende Level-Dynamik. So, genau das Gleiche machen wir jetzt an den anderen Stellen. Wir wissen ja im Big Graph, das wissen wir ja noch, hier wird ja quasi der Asteroid zerstört und in dem Moment werden die 3 momentan noch mittleren erzeugt. Auch hier, gleiches Spiel, einfach unseren Data-Output hier mit reinschreiben und den Loop an unsere mittlere Größe anschließen. Und schon haben wir auch hier jetzt die am Level orientierte Größenanpassung. Gleiches Spiel bei dem mittleren, wo ist es? Hier, Mad Graph, zack, hier reingehen, unsere Level-Data reinziehen und hier einfach Small mit dem Eingang verbinden. So sieht das Ganze dann aus. So, kommen wir zum nächsten Parameter, den wir einbinden wollen, und zwar Asteroid Speed. Die Geschwindigkeit der Asteroiden, die wird ja festgelegt, auch wieder im Asteroiden-Graph, Moment, hier oben, hier. Wir erinnern uns, direkt am Start wird dem Asteroiden quasi eine Geschwindigkeit mitgegeben. Die Geschwindigkeit wird ja festgelegt durch unseren zufälligen Richtungsvektor, für den wir ja auch hier so ein tolles Subgraph geschrieben haben. Ja, die Länge des Vektors, also die Richtung ist ja zufällig, aber die Länge des Vektors, die gibt ja quasi die Geschwindigkeit von unserem Asteroiden an. Also, was tun wir? Ganz einfach, wir nehmen wieder unseren tollen Data-Node, gehen hier nochmal rein, hätte ich jetzt von unten auch kopieren können, und sagen einfach, okay, bevor es hier weitergeht, wird das, was hier rauskommt, ganz einfach multipliziert. Multiply. Wir müssen jetzt hier den Generic Multiply nehmen, damit wir auch einen Vektor mit einer Zahl zusammen multiplizieren können. Und zwar hier diesen Vektor mit unserer Zahl Asteroid Speed. Und was hier rauskommt, ist dann unser neuer Vektor, der die Geschwindigkeit angibt. So, am Anfang ist unser Wert auf 1,0. Mit zunehmendem Level wird dieser Wert höher, das heißt 1,2, und somit wird auch der Vektor länger, und somit wird auch die Geschwindigkeit höher. So einfach. Das heißt, ich kopiere jetzt den hier mal, dass ich nicht jedes Mal raus und rein muss, gehe in den nächsten Graphen rein, wir waren jetzt im Made Graph, dann würde ich sagen, ich gehe jetzt mal noch in Big Graph rein, gleiches Spiel, hier oben, das Ganze nach hinten setzen, zack, reinkopieren, ich hätte den Multiply auch gleich reinkopieren können, ach, okay, Multiply, so, hier rein, multiplizieren mit unserem Speed, und das ist unser neuer Wert. und wieder raus, und das Ganze natürlich in Small. Also, hier in unseren Small Graphen rein, wo sind wir? Hier oben, hier ist unsere Geschwindigkeit, das Ganze nach hinten setzen, reinkopieren, verknüpfen, und fertig. Und schon ist unsere Geschwindigkeit dynamisch an unser Level angepasst. So, und die letzten Parameter wären die UFO-Parameter, aber da wir noch kein UFO haben, können wir die natürlich noch nicht einbinden, die bauen wir dann direkt mit ein, wenn wir das UFO jetzt gleich erstellen. Also, ich hoffe, ihr seht hier auch wieder zum hundertsten Mal, wie praktisch es ist, mit Subgraphen zu arbeiten. Perfekt, jetzt haben wir die ganze Dynamik eingebaut, jetzt fehlt natürlich noch eine zentrale Sache, also eigentlich zwei, und zwar zum einen muss überhaupt erkannt werden, dass das Level beendet ist, ja, das müssen wir noch einbauen, also die Schaltung, die quasi die Levels überhaupt erst hochschaltet, und das zweite ist die Levelanzeige. Es ist zwar ganz nett, wenn alles leer ist und dann kommen neue Gegner, aber es ist natürlich viel befriedigender für den Spieler, wenn er auch sieht, oh, jetzt bin ich ein Level aufgestiegen und ich bin jetzt in Level 3 oder 4 oder 5, das heißt, wir wollen natürlich auch noch eine Levelanzeige. Also, wie setzen wir das mit dem Levelwechsel um? Da kommt natürlich die erste Frage ins Spiel, nämlich, wie erkennt man überhaupt, dass das Level geschafft wurde, beziehungsweise, was ist die Bedingung dafür? Die Bedingung kennen wir natürlich, wenn alle Asteroiden zerstört wurden, die aktuell auf dem Bildschirm sind, dann ist das Level quasi geschafft. Jetzt haben wir natürlich das Problem im Moment, dass es viele verschiedene Asteroiden auf dem Bildschirm gibt, die werden weniger oder auch mehr, wenn welche sich zerteilen, aber es gibt ja keine Stelle im Moment, an der die Anzahl getrackt wird. Dazu erzeugen wir als allererstes mal eine Variable, auch wieder ganz einfach in unserer Szene, und zwar nennen wir die Variable AsteroidsCount. Und das wird jetzt unser Zähler, und dieser Zähler, diese Variable, die ist natürlich eine Integer-Variable, ganz klar, und diese Integer-Variable benutzen wir jetzt, um die Gesamtzahl der Asteroiden auf dem Bildschirm permanent zu verfolgen. Erster Schritt, es muss überhaupt mal registriert werden, wie viel Asteroiden auf dem Bildschirm sind. Ja, wie könnte man das lösen? Auch eigentlich sehr naheliegend. Wir haben ja die Asteroiden absichtlich unabhängig voneinander angelegt. Das hatte ich ja am Anfang gesagt. Es ist besser, wenn die Objekte sich selbst organisieren, auf gewisse Art und Weise, anstatt dass der Game Manager zum Beispiel ständig in die Steuerung oder wie auch immer der Asteroiden eingreifen würde. Wenn die jetzt unabhängig sind, dann wäre es doch toll, wenn ein Asteroid, wenn er quasi neu entstanden ist, sich einfach meldet und sagt, hey, hier bin ich, zähl mich mit. Und genau das machen wir jetzt. Wir gehen ganz einfach in den Graphen rein von allen Asteroiden, wie zum Beispiel den hier. Und wir sagen ihm, bei OnStart, also wenn er neu entstanden ist, zähle den Counter hier um 1 hoch. Also, das heißt, wir holen uns die Variable hier als Get rein, dann mit der Alt-Taste gedrückt die Variable hier als Set und dann zählen wir die Variable mit einem Add-Befehl um 1 hoch. Dann würde das Ganze so aussehen. Variable lesen, plus 1 und dann einfach wieder reinschreiben. Dann nehmen wir das ganze Skript, können wir einfach Copy & Paste, also Steuerung C und bauen das noch in den mittleren Graphen ein und natürlich auch in den Small Graphen. Also hier rein, hier der mittlere Graph und jetzt noch in den Small Graphen. So, und da es jetzt überall integriert ist, passiert jetzt logischerweise Folgendes. Jeder Asteroid, der neu erzeugt wird, zählt quasi unseren gemeinsamen Counter um 1 hoch. Und jetzt brauchen wir noch das Gegenteil, nämlich Asteroiden, die getroffen wurden, müssen sich quasi abmelden, also bevor sie zerstört werden und sich löschen, müssen sie den Counter um 1 runterzählen. Starten wir auch wieder bei Big Graph. Wir gehen hier rein so und schauen, wo unser Asteroid zerstört wird. Das wäre quasi hier. Er macht ja hier noch ganz viele Dinge, erzeugt die mittleren und hier ist der Destroy-Befehl. Das, was ich gerade sagte, muss quasi noch passieren, bevor er sich selbst löscht. Also an dieser Stelle. Das heißt, wir kopieren das, was wir noch im Zwischenspeicher haben, gerade hier rein. Verbinden das hier. So. Minus 1. Und dann hier natürlich noch Minus 1 reinschreiben. Das war's. Das Gleiche machen wir jetzt bei mittleren und Kleinen. So. Hier in den mittleren gehen wir auch nach unten. Gleiches Spiel. Wenn ich schlau gewesen wäre, hätte ich es jetzt kopiert. Habe ich natürlich nicht. Jetzt muss ich die Zwischenschritte wieder machen. Minus 1. Dieses Mal sind wir schlauer. So. Und das Ganze noch beim Kleinen. So, das war's. Also, jetzt haben wir, was wir wollten. Egal, ob neue Asteroiden entstehen oder welche gelöscht werden, der Zähler bleibt immer auf dem aktuellen Stand. Das heißt letztendlich, wenn der Zähler auf Null ist, bedeutet das, wir haben alle zerstört. Also ist das Level geschafft. Käme wieder die nächste Frage. Wo wird eigentlich überprüft, ob die Anzahl auf Null ist? Jetzt könnten wir natürlich irgendwie so einen On-Update-Befehl im Game Manager einbauen. und könnten sagen, wir überprüfen einfach ständig, ob die Variable auf Null ist. Könnte man machen, aber das würde ja heißen, wir haben ständig einen Überprüfungsprozess, der 25 Mal pro Sekunde läuft. Die Frage ist, macht das Sinn? Denn eigentlich müssten wir die Zahl ja nur dann überprüfen, wenn ein Stein zerstört wurde. Dann müssen wir schauen, ist es der letzte Stein gewesen? Aus Geschwindigkeits- und Effizienzgründen würde ich es deshalb anders aufbauen, gehen wir in unseren Game Manager rein, hier, ich mach's mal groß, und fügen dann in unseren Game Manager einen Custom Event ein. Also, Custom Event und diesen Custom Event nennen wir Check Asteroids. Das heißt, wir haben jetzt hier einen Custom Event und den hier können wir dann von wo auch immer aus aufrufen und dann überprüfen, ob die Anzahl 0 ist und wenn die Anzahl 0 ist, können wir direkt hier hinten dran irgendwelche Aktionen machen. Levelwechsel, Reset, etc. etc. Und jetzt ist die Frage, wo muss dieser Custom Event getriggert werden? An welchen Stellen müssen wir eigentlich überprüfen, ob das jetzt der letzte Asteroid war, der gerade zerstört wurde? Und wenn man mal drüber nachdenkt, ist es eigentlich ganz einfach. Es gibt ja drei Stellen, an denen Asteroiden zerstört werden. Das passiert ja in den Asteroiden, also hier im Big Graph, im Mid Graph und im Small Graph. Und da gibt es die Stelle, an der wir gerade drin waren. Hier. Hier werden die Asteroiden zerstört und somit die Anzahl runtergezählt. So, und eigentlich kann der Bildschirm nur leer sein, nach dem Zerstören eines kleinen Asteroiden. Ist ja logisch, wenn ein großer zerstört wird, werden ja gleichzeitig drei neue oder zwei neue, wie auch immer, erzeugt. Das heißt, es kann nie der letzte Asteroid gewesen sein. Also muss es hier passieren. Gut, gehen wir also in den Small Graph rein, an die Stelle hier hinten. Das könnt ihr noch ein bisschen verschieben, falls ihr da keinen Platz habt. Und hier muss jetzt unsere Überprüfung aufgerufen werden. Also nachdem der Counter runtergezählt wurde, aber bevor er eben gelöscht wird. Also genau hier zwischendrin. Das heißt, wir fügen jetzt da unseren Trigger Event ein, also auf Events und dann hier Trigger Custom Event und der Name war Check Asteroids. Das Ganze verbinden wir dann mit unserem Flow. Und dann müssen wir hier noch das Zielobjekt bestimmen, denn unser Custom Event befindet sich ja nicht in unserem Asteroiden, sondern in unserem Game Manager drin. Das müssen wir eben natürlich sagen. Also brauchen wir mal wieder den Befehl Find Game Object. Und hier suchen wir nach dem Game Manager. Und dieses Game Objekt wäre dann unser Zielobjekt. Also hier liegt unser Custom Event drin. Jetzt habe ich dem Ganzen noch einen Gruppierungsrahmen gegeben und das Ganze betitelt. Nur so als kleine Empfehlung. Ich habe es am Anfang mit den Farben auch ein bisschen willkürlich gehalten, aber was ich auf jeden Fall empfehlen kann, wenn Skripte komplexer werden, mit Farbcodierung zu arbeiten. Das heißt, ich habe jetzt angefangen, zum Beispiel hier alle Triggerbefehle oder alle Gruppierungen, in denen sich Triggerbefehle befinden, mit einem gelben Kasten zu umrahmen. Was hat das für einen Vorteil, wenn ich dann später das Ganze aufmache und schaue von außen auf meinen Flow drauf, dann sehe ich zum Beispiel direkt, okay, an diesen Stellen springt mein Skript irgendwo anders hin beziehungsweise ruft ein anderes Teilprogramm auf. Das Gleiche kann man zum Beispiel machen, wenn ihr irgendwelche Schleifen habt, in denen Dinge öfter passieren oder öfter erzeugt werden, wie jetzt zum Beispiel bei den Asteroiden, dass man die dann grün umrahmt oder so, also dass ihr euch quasi für bestimmte Arten von Programmierung eine Farbcodierung überlegt. Und dann wird es halt wesentlich einfacher, später auf die Skripte draufzuschauen, ohne sich genau den Flow durchlesen zu müssen oder eben einzelne Nodes anzuschauen. Hier jetzt zum Beispiel im Big Graph unsere Asteroid Creation haben wir ja von vornherein immer blau umrahmt. Hier habe ich jetzt die Überprüfungen, die irgendwas mit Collision zu tun haben, also diese Kollisionsvergleiche. Einfach mal angefangen, grün zu umrahmen. Ja, und Dinge, die nicht ganz so wichtig sind, wie jetzt zum Beispiel dieses Hochzählen, einfach mal grau gelassen und so weiter. Und dann sieht man schon, man kriegt halt direkt einen wesentlich klareren Überblick. Und hier nochmal der Small Graph mit unserem Trigger, den wir gerade eingebaut haben. Kommen wir wieder zurück zu unserem Game Manager und überlegen uns, was muss denn jetzt hier passieren, wenn unsere Überprüfung getriggert wird. Der erste Schritt ist relativ klar, es muss überhaupt mal die Überprüfung stattfinden. Also holen wir uns hier unten mal die Variable AsteroidsCount und überprüfen, ob diese Variable gleich 0 ist. Wir nehmen einfach den Befehl less, denn da kann ich hier direkt eine Zahl eingeben. Bei dem Equal-Befehl müsste ich hier vorne noch einen weiteren Note anschließen. Deshalb finde ich den less-Befehl etwas praktischer. Das wäre also unsere Bedingung, die wir überprüfen. Um das Ganze zu überprüfen und in den Flow einzubauen, brauchen wir wieder den if-Befehl. So, ich packe das mal nach unten. Und das heißt, wir gehen direkt als allererstes hier rein und überprüfen diese Bedingung hier. Jetzt wissen wir also nach unserem Triggern, ob die Variable auf 0 ist. Und dann ist die Frage, wenn sie auf 0 ist, das heißt, unser Level ist beendet, was soll dann passieren? Ja, ganz klar, es sind verschiedene Schritte. Ich gehe es mal theoretisch durch. Der erste Schritt wäre natürlich, die Variable Player Level muss hochgezählt werden, ganz klar. Dann muss es einen neuen Respawn von weiteren Asteroiden geben, auch klar. Und das dritte wäre, gegebenenfalls muss entweder das Raumschiff auf Undestroyable gesetzt werden, dass wenn die Asteroiden direkt irgendwo erscheinen würden, dass man nicht direkt stirbt, auch logisch. Oder wir lassen die Asteroiden vom Rand her reinkommen, wie es auch beim Originalspiel ist. Dann muss man eben, wenn man den letzten Asteroiden zerstört, schauen, dass man nicht gerade am Rand ist, sonst wird man gegebenenfalls von neu reinkommenden Asteroiden erwischt. Das heißt, dann ist es fast ein Play Feature oder ein Game Feature, den letzten Asteroiden so abzuschießen, dass ich mich nicht gerade am Rand befinde. Beginnen wir direkt mit dem einfachsten, nämlich das Level um 1 hoch zu zählen. Also hier, Drag & Drop, Player Level reinziehen, mit einem Get Befehl, Alt-Taste gedrückt halten, Player Level mit einem Set Befehl reinziehen und dann wie immer ganz einfach der Ad-Skala dazu mit 1, das hier und das hier und so. Okay, dieses wäre der erste Streich. So, hier das Ganze jetzt nochmal ein bisschen hübscher angeordnet und mit einem Gruppenfenster umrandet. und als nächstes müssten wir die Basic Asteroiden, also die großen Asteroiden, respawnen für das nächste Level. Wir befinden uns ja schon im Game Manager und wir wissen ja, die erste Runde Asteroiden, die großen, die wurden hier oben erzeugt, also hier bei Create Asteroids und das heißt, wir können ganz einfach hier raus und hier oben in unseren Loop rein und schon wird, nachdem das Level beendet wurde, das Level 1 hochgezählt ist, hier nochmal eine komplette Runde große Asteroiden erzeugt. Und durch unseren levelbezogenen Input hier, der sich immer der Levelstufe anpasst, wird auch jetzt hier die entsprechende Zahl kreiert. Und das wäre es theoretisch jetzt gewesen, wenn wir die Variante wählen würden, bei der die Asteroiden irgendwo per Zufall auf dem Bildschirm erzeugt werden. Denn die Position, die kann ja überall sein. Das bedeutet, wir haben wieder das gleiche Problem wie am Anfang, also müssten wir das Raumschiff beim Levelwechsel direkt wieder in den Unbreakable State schalten. Ja, das heißt, wir müssten eigentlich von hier nach hier. Beim Levelwechsel sieht es natürlich etwas blöd aus, wenn die Asteroiden direkt mitten auf dem Bildschirm erscheinen. Und auch in dem Originalspiel ist es so, dass beim Wechsel eines Levels oder beim Abräumen eines Levels die neue Welle außerhalb des Bildschirms stattfindet. Das heißt, die erscheinen außerhalb vom Bildschirmrand und laufen dann erst in den Bildschirm rein, was natürlich viel besser aussieht und man hat eben als Spieler auch ein bisschen Zeit sich darauf vorzubereiten, woher die einzelnen, ja, woher die einzelnen Asteroiden kommen und man kann ausweichen und so weiter. Ja, und deshalb möchte ich trotz des schon sehr fortgeschrittenen Tutorials jetzt hier noch unsere Set Position noch etwas optimieren und ein kleines Modul basteln, was wir auch wieder in unsere Toolbox reinpacken können, welches eine Zufallsposition berechnet, und zwar eine, die quasi außerhalb des Randes unseres Bildschirms liegt. Das heißt, wir gehen mal wieder hier raus und erzeugen ein neues Skript. Das tun wir direkt innerhalb der Toolbox, denn dieses Skript möchte ich auch wieder der Toolbox zuordnen, weil ich mir vorstellen kann, dass das bei dem einen oder anderen weiteren Projekt benutzt werden kann. Also, wir erzeugen wie immer ein neues Skript, Visual Scripting, Script Graph. Den Skript Graph nennen wir TB Random Screen Border Position. Ein sehr sprechender, wenn auch langer Titel. Ich verschiebe das Ganze hier mal nach links, damit man auch den ganzen Titel sehen kann. Dann gehen wir hier rein in unseren Graphen und legen los. Das Skript braucht jetzt ein, zwei Knoten mehr als die Variante, diese reine Zufallsposition über den ganzen Bildschirm hinweg. Das werdet ihr gleich sehen, aber es ist auch jetzt nicht so kompliziert. Wir starten damit, dass wir die beiden Variablen, die natürlich zentral wichtig sind, nämlich die Screen Weite und die Screen Höhe, erstmal hier reinholen. Also, Screen Width so, und dann die Screen Height so, das sind natürlich unsere Grundparameter, die wir brauchen, nämlich die Bildschirmgröße. Da unsere Asteroiden natürlich außerhalb vom Bildschirm erscheinen sollen und nicht bei Null, also das heißt, wenn sie jetzt auf Null erscheinen würden, würde ja schlagartig die Hälfte des Asteroides schon im Bildschirm sein, genau wie bei dem Endless Move 2D haben wir das gleiche Problem. Wir brauchen nämlich einen Rand, also sozusagen einen leicht nach außen verschobenen Rahmen, damit die Asteroiden oder die Objekte erstmal ganz aus dem Bildschirm verschwinden, bevor sie bei dem Endless auf der anderen Seite wieder reinkommen und bei unserem Startpunkt muss das natürlich auch außerhalb des Bildschirms sein. Das heißt, wir brauchen hier wieder einen Input und dem Input müssen wir wieder eine Variable mitgeben können. Wir nennen es diesmal Border Size, um es ein bisschen neutraler zu halten und es ist mal wieder vom Typ Float und er hat es mal wieder gelöscht. Okay, Border Size, so, im Prinzip entspricht der Wert Border Size dem Wert Objekt Size beim Endless Move und dann schalten wir hier das Ganze noch auf ist Default, damit wir später hier ein Eingabefeld haben. Er zeigt es aus irgendwelchen Gründen mal wieder nicht richtig an. Hier gibt es eine Fehlermeldung, das juckt uns weniger, wir verschieben das Ganze einfach, machen wieder rückgängig und dann wird es angezeigt. Jetzt haben wir hier unsere Randgröße und können loslegen. Okay, wie funktioniert das Ganze? Die Situation ist folgende. Also, im ersten Schritt brauchen wir eine Zufallszahl auf der X-Achse und eine Zufallszahl auf der Y-Achse. Also brauchen wir wieder den Befehl Random Float. Also diese hier. Wir starten mit dem Minimalwert und der Minimalwert wäre quasi nicht 0, sondern die Border Size, die wir hier jetzt reinbekommen, also diesen Wert, aber eben im Negativen. Also hier Minus Border Size. Also brauchen wir einen Multiply hier mal Minus 1 hier als Input dann Border Size und jetzt kommt hier hinten Minus Border Size raus. Das heißt, Minus Border Size wäre jetzt unser Minimalwert. Unser Maximalwert auf der X-Achse wäre unsere Bildschirmgröße, also der Punkt hier, plus logischerweise Border Size, also auch wieder der Rand, aber im positiven Sinne. Also brauchen wir hier einen Add-Befehl und dann addieren wir hier die Screenweite plus das positive Border Size. das wäre unser Maximalwert auf der X-Achse. Bis dahin relativ klar. Das gleiche machen wir jetzt für unseren Y-Wert. Also, wir brauchen einen zweiten Random, ich habe den hier jetzt mal dupliziert. Minimalwert wäre wieder der negative Border Size, das wäre hier unten quasi dann. Maximalwert wäre die Screenhöhe plus die Border Size. Also brauche ich auch einen zweiten Add-Befehl. Ich nehme die Border Size, ich addiere das mit der Screenhöhe und das wäre mein Maximalwert. Das heißt, ich habe hier zwei Zufallszahlen, also einmal auf der X-Achse und einmal auf der Y-Achse. Bis dahin ist es ja noch einfach. Wenn ich die beiden jetzt aber kombiniere in einem Vektor, bekomme ich natürlich eine Position hier irgendwo über dem Bildschirm verteilt. Das bringt mir nichts. Was wir jetzt machen müssen, ist zu unterscheiden rechts, links, oben, unten. Das haben wir beim Endlos-Move ja auch schon mal gemacht. Da haben wir immer geschaut, wenn er links rausgeht, muss er rechts rein und so weiter. Und hier machen wir es genauso, allerdings per Zufall. Das heißt, wir holen uns jetzt noch mal einen weiteren Random-Befehl aber dieses Mal nicht den Random für Float, sondern den Random für Integer. Also, und mit diesem Random lassen wir eine Zufallszahl zwischen 0 und 3 erzeugen. Die 4 ist ja exklusive, die ist hier nicht mit dabei. Also, er wählt jetzt eine Zufallszahl zwischen 0 und 3 aus. So, und jetzt ordnen wir der Zufallszahl eine von den vier Seiten zu. Das heißt, er soll sich jetzt zuerst mal per Zufall überlegen, ob er oben, unten, links oder rechts erscheinen möchte. Und dann kommt ein neuer Befehl ins Spiel. Dazu brauche ich ein bisschen Platz. Und zwar der Befehl Select On Integer Also, es gibt ein Befehl, den findet ihr übrigens unter Controls und hier gibt es die Befehlsgruppe Select. Die Befehlsgruppe Select, ich zeige es einfach mal hier, dieser Befehl funktioniert folgendermaßen, er ist wie ein Schalter mit mehreren Eingängen, aber nur ein Ausgang. Und ihr könnt dem Befehl so viele Eingänge zuordnen, wie ihr wollt, obwohl ich glaube, es gibt eine maximale Begrenzung, aber sei mal dahingestellt. Das heißt, ihr könnt jetzt hier zum Beispiel vier Eingänge erzeugen und dann ordnet ihr die Eingänge einer Integerzahl zu, also zum Beispiel 1, 2 und 3. So, und jetzt sieht man hier am Befehl schon, wie er genau funktioniert. Wir haben jetzt also hier verschiedene Eingänge und wir haben hier oben einen weiteren Parameter, einen Integer-Parameter und der bestimmt, welcher dieser Schalter mit dem Ausgang verbunden wird. Lange Rede, kurzer Sinn, wir können jetzt hier unsere Zufallszahl mit unserem, ich nenne es jetzt mal Weichensteller verbinden und je nachdem, was für eine Zufallszahl hier oben erzeugt wird, wird eben der Kanal 0, 1, 2 oder 3 hier weitergeschaltet. Und jetzt kann sich der eine oder andere schon denken, worauf ich hinaus will. Und zwar möchte ich jetzt verschiedene Vektoren erzeugen, create Vektor 3, x, y und z, so, und den dupliziere ich jetzt dreimal und das wären unsere vier Vektoren, bezogen auf die linke Seite, die obere Seite, die untere Seite und die rechte Seite. Dann ordne ich ganz einfach die vier Vektoren, den vier Kanälen zu. Ja, und jetzt muss ich nur noch meine Zufallszahlen den Vektoren zuordnen. Also sagen wir jetzt einfach mal, ich möchte eine Zufallsposition auf der linken Seite haben, also auf dem Rand außerhalb des Bildschirms. Das bedeutet, dass wir einen Vektor benötigen, bei dem der x-Wert hier auf minus Border Size liegt, also hier, das wäre unser x-Wert und der y zwischen minus Border Size und eben der Bildschirmhöhe liegt, das wäre ja das, was wir hier berechnet haben. Also das ist jetzt quasi ein Wert auf der linken Seite. Nehmen wir einen Wert ganz unten, da wäre y auf minus Border Size und x wäre der Zufallswert zwischen 0 und Breite. Nehmen wir die rechte Seite, da wäre x auf Maximum, also x wäre auf Bildschirmbreite plus Border Size, also das hier und y wäre wieder irgendeine Zufallszahl über die ganze Höhe hinweg. Und jetzt das letzte, also oben, da wäre y auf Maximum und x wäre wieder per Zufall. So, ihr seht, jetzt habe ich quasi vier verschiedene Vektor Varianten, die jeweils entweder auf dem linken, oberen, unteren oder rechten Rand sitzen. Und mit meinem Zufallsgenerator 0 bis 3 wird jetzt einfach von diesen vier Vektoren einer ausgewählt. Und somit bekomme ich garantiert immer nur eine Zufallszahl, die auf irgendeiner Seite genau auf dem Rand liegt. Und dann müssen wir auch noch eine Verbindung zu Default setzen, weil sonst gibt eine Fehlermeldung aus, auch wenn Default überhaupt nicht So, eigentlich perfekt, aber noch nicht ganz, denn wir haben ja an dieser Stelle erstmal nur eine Screen Position erzeugt und wir brauchen natürlich eine World Position. Also mal wieder den Befehl Screen to World Point hier, den kennen wir ja schon von oben und dann wandeln wir das Ganze in eine World Position um. Der Befehl Screen to World Point, ich ist schon ein paar Kapitel her, aber vielleicht erinnert ihr euch ja noch an die zwei Sachen und zwar zum einen braucht er erstmal hier die Kamera um die es geht das heißt wir müssen auch jetzt hier wieder die Kamera das Kamera Objekt finden also hier find Game Objekt Main Kamera so und das andere das seht ihr gleich wenn ihr hier nochmal in euren Game Manager reingeht dann seht ihr dass der Vektor den wir umwandeln auf der Z Ebene den Wert 10 hat das hatte ich am Anfang mal erklärt ich glaube im ersten oder zweiten Kapitel also sehr weit zurückliegend und zwar braucht es auf der Z Ebene wenn ich zwischen Screen Position in die World Position umrechne den Abstand von meinem Objekt zu der Kamera Ja und der Abstand liegt momentan auf 10 das sehen wir hier wenn wir in die Kamera reingehen die Kamera liegt bei minus 10 die Objekte liegen auf der Null Ebene deshalb ist der Abstand zwischen Kamera und Objekt 10 und diese 10 müssen wir hier eintragen sonst kriegen wir nämlich falsche Werte und dann können wir das Ganze was hier raus kommt einfach nehmen und in einen Output Datenausgang nennen wir ihn doch einfach mal World Pos vom Typ Vektor 3 jetzt hat das wieder gelöscht World Pos verschieben rückgängig machen damit es angezeigt wird und dann können wir hier unseren Vektor direkt mit unserem Output verknüpfen so das waren jetzt doch schon ein paar Knoten ich zeige es mal ganz kurz wie das Ganze in der Übersicht aussieht und jetzt können wir den mal einbauen gehen in unseren Game Manager rein und ersetzen hier die kompletten Nodes durch unseren neuen Graphen dazu gehe ich noch mal hier raus in unsere Toolbox Random Screen Position jetzt wird das Ganze natürlich auch etwas kompakter das heißt wir können das auch etwas kleiner machen so und so könnte das Ganze dann aussehen das Einzige was wir jetzt noch einstellen müssen wäre natürlich die Border Size also quasi die Objekt Size von unseren großen Asteroiden ich habe mit den Größen jetzt noch mal ein bisschen rum probiert also wie groß ungefähr die Border Size sein muss damit der große Asteroid wirklich außerhalb vom Bildschirm liegt oder ziemlich außerhalb vom Bildschirm und ich kam ungefähr so auf eine Größe von 50 jetzt ist es natürlich wichtig dass wenn ich die Größe hier auf 50 gesetzt wird sondern auch an der Stelle an der unser großer Asteroid seinen Endless Move macht also wir müssen hier nochmal in unseren Big Graph rein ich weiß gar nicht was für eine Größe ich da eingestellt hatte da ist er noch auf 30 da müssen wir jetzt aufpassen dass die beiden Größen natürlich gleich sind also hier auch eine 50 rein sonst haben wir zwei unterschiedliche Ränder dann würde er 50 erscheinen und dann würde er direkt auf die andere Seite gebeamt werden sozusagen fehlt natürlich noch eine Sache und zwar die Anzeige wir wollten ja eine Level Anzeige und die bauen wir jetzt auch mal ein ja dazu gehen wir in den Canvas rein und hier gibt es ja unseren Game Over Text und den Game Over Text den duplizieren wir uns jetzt einfach das geht dann schneller also einfach auf duplicate dann haben wir den zweimal dann benennen wir den ganzen um in Level Text hinten natürlich dann die Zahl weg so und dann machen wir ihn sichtbar der andere war ja unsichtbar dann richten wir den Text rechts aus jetzt ist er auf einmal auf dem Bildschirm verschwunden ja das liegt natürlich einfach daran dass unser Fenster relativ groß ist wir schauen uns das ganze hier mal in der Szene an und dann sehen wir auch schon wo unser Text liegt ja der ist also immer noch mittig ausgerichtet also das Textfeld ist immer noch in der Mitte nur durch das dass wir ihn rechts ausgerichtet haben ist er natürlich jetzt hier nach rechts gerückt das heißt was wir machen müssen ist unser Text zuerst mal kleiner machen das ist natürlich viel zu groß sagen wir einfach mal 200 so hier passt jetzt alles rein ganz egal wie viel levels das wären hier wird jetzt rein passen dann setzen wir den pivot point der ist ja momentan in der mitte wie ihr hier seht an dem feld den setzen wir jetzt nach rechts oben also rechts oben wäre x mäßig auf 1 und y mäßig dann auch auf 1 das heißt der Ausrichtepunkt wandert nach rechts oben in die Ecke wenn wir jetzt die komplette Ausrichtung von unserem Text Feld auch nach rechts oben hier oben hingewandert dann können wir die Position auf 0 0 setzen und jetzt seht ihr jetzt wandert der ganze Text nach rechts oben aber wirklich ausgerichtet an dem rechten oberen Eckpunkt aber wirklich ausgerichtet an dem rechten oberen Eckpunkt perfekt jetzt können wir das ganze noch ein bisschen einrücken ja und wenn ihr jetzt mal hier das level ändert zum Beispiel hättet level 22 dann seht ihr der Text wandert nach links er hat sich am rechten rand ausgerichtet perfekt also unser Textfeld hätten wir das bleibt ja praktisch auch permanent zu sehen und jetzt müssen wir eigentlich nur noch den den text regelmäßig updaten abhängig davon welchen wert gerade unsere level variabel hat logischerweise immer da wo sich ein level verändert also wenn alles abgeräumt wurde dann verändert sich ja das level und wo haben wir dieses abräumen getestet beziehungsweise dann entsprechend darauf reagiert im game manager also gehen wir in den game manager rein schauen uns das ganze mal an und hier haben wir ja also hier wird level hoch gezählt dann werden hier die neuen asteroiden erzeugt ja und das war es dann und deswegen ist es ganz einfach wo das ganze hin muss es muss natürlich hier hinten dran denn denn die level anzeige soll sowohl am anfang abgedatet werden bevor es losgeht oder wenn es losgeht als auch nach jedem level wechsel und beide flows laufen ja hier durch und deswegen ist das perfekt wir können das direkt hier hinten dran hängen schieben wir das ganze mal ein bisschen nach hinten um platz zu bekommen ja und was möchten wir und hier brauchen wir den befehl set text und es gibt jetzt hier wieder den text befehl in verschiedenen varianten wir brauchen hier die standard variante set text ohne alles das hier die ganz einfache version also die version bei der es einfach nur einen string eingang gibt also in dem man einen text hier eingeben kann der dann in das text geschrieben wird das wäre der hier jetzt ist die Frage wie soll unser text aussehen er soll natürlich wieder aus zwei komponenten bestehen und zwar zum einen aus dem wort level klar und zum anderen aus der zahl also aus der eigentlichen level zahl die level zahl finden wir hier in der szene in der variable player level das heißt wir können uns die variable jetzt hier auf dem bildschirm ziehen das wäre schon mal komponente nummer 1 das andere wäre dann unser string also können wir hier reingehen suchen in der gruppe string nach dem string literal also das Feld in dem wir direkt einen string text eingeben können und unser string text wäre level die beiden dinge wollen wir jetzt miteinander verbinden den befehl dazu hatten wir schon mal ihr erinnert euch in der gruppe string gab es den befehl concat hier und da konnte man zwischen verschiedenen varianten wählen einmal mit einem eingang zwei eingang drei und so weiter wir benutzen jetzt wieder hier den concat mit den zwei eingängen und dann können wir ganz einfach die beiden parameter die wir hier haben mit unserem concat verbinden so dass wir dann einen zusammengefügten string bekommen perfekt und das wäre unser text der hier in unser text reingeschrieben werden soll ja und dann fehlt wie immer unser ziel objekt wir befinden uns ja im game manager drin also wir befinden uns hier drin mit unserem skript wir möchten aber den text ansprechen also den hier das heißt wir müssen wie immer nach unserem text objekt suchen und zwar heißt unser text objekt level text und das ist unser ziel so das ganze wieder umrahmt und ein bisschen an die richtige stelle gebracht und so sieht jetzt aktuell unser game manager aus ja also einmal das ganze beim start asteroiden erzeugen und dann den text updaten oder beim level wechsel level hoch zählen asteroiden erzeugen text updaten so bevor wir das jetzt aber testen möchte ich noch eine sache ändern auch wenn das inzwischen glaube ich grund einfach mal auf schwarz oder dunkles grau je nachdem wie ihr wollt runtersetzen so das sieht doch schon mal besser aus beziehungsweise passt einfach besser zur grafik und dann lösche ich aus meinem level text den aktuellen text raus dass am anfang erstmal alles neutral ist der text wird ihr dann sowieso direkt beim game start reingeschrieben hier jetzt mal direkt der test damit ihr seht wie es funktioniert zum einen ah ja jetzt sehe ich schon den ersten kleinen fehler und zwar haben wir vergessen ein leerzeichen beim level einzufügen aber das können wir gleich noch korrigieren ich habe absichtlich mal level 1 runter geschraubt und habe bei den asteroiden 1 1 1 eingestellt das heißt ich kriege nur einen der jeweils nur durch einen ersetzt wird und wie ihr gesehen habt erstens mal sind die schon verdammt schnell also wir müssen glaube ich die geschwindigkeit noch ein bisschen runterschrauben und ja und sie erscheinen wie wir wollten vom rand aus und nicht von der mitte aus das war ja unser ziel hier oben hat level auf level 2 umgeschaltet ja und unser respawn funktioniert unsere raumschiff anzeige funktioniert ich würde mal sagen das ist ganz okay so bevor wir gleich abschließen werden ändere ich direkt mal noch den text um also das leerzeichen muss natürlich hier hinten einfach rein hinter unseren level text ja so jetzt haben wir den abstand zwischen level und der zahl die dann folgt okay super also dann sehen wir